Ladies and gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal. So, in der letzten Folge mussten wir Mord begehen. Blut klebt an unseren Händen. Der Begleiter-Groos ist tot. Jetzt will ich aber erst mal was hier dieser Schalt haben wir. LOL, Alter, ist das kurz. Okay, ich glaube, wenn der hier im Anflug ist, muss ich ganz schnell wechseln und da drauf. So. So. Gut. Das hätten wir. Jetzt bewegt sich das. Okay. Jetzt können wir hier an den Groos wahrscheinlich ran. Oh Gott, das Spiel wird immer geflößter. Immer... ...merkwürdiger. Boah, der hat mich das Spiel gerade getrollt. Und wie soll ich jetzt an den Würfler ran? ...merkwürdiger habe ich das falsche Portal gesetzt. Da kann ich keinen setzen. Moistra ist zu... ...ne... ...never, ever. Ahhh, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Jetzt kommen wir hier raus, das ist das blaue Portal. Den stelle ich da sicher hin. Ich mache da ein Portal hin, dann können wir jetzt da runter und das Portal wieder hinsetzen. Und jetzt wieder aktivieren und den Würfel nehmen und hier verschwinden. So, geschafft. Ui! Oder auch nicht. Okay, hier ist Säure. Was ist, wenn wir uns wieder fallen lassen? Ach du Heilige! Ich habe es zu spät gesehen. Ich weiß es nicht. Wo? Okay, das Orangene. Da hin. Und das blaue dann da hin. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ich glaube, das solltet ihr mal selbst halten. Was ihr hier abzieht, ist ja nicht für eine Normal. Alter! Das war ja Testkammer 18. Das heißt, wir sind jetzt in der letzten Testkammer. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich will es glaube ich noch gar nicht wissen. Junge, 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 Junge. Ach du heilige Scheiße. Okay. Nur ganz schnell. Motivation. Die letzte Testkammer, dann haben wir es geschafft. Die letzte Testkammer, dann haben wir es geschafft. Okay. Und? Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräte-Rückgabe-Komplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment-Centers müssen beide Hände leer sein. Ich weiß ja nicht. Der Kuchen leuchtet auf. Das sieht irgendwie einfach aus. Wollen wir das so machen? Das sieht einfach aus. Wollen wir das so machen? Okay. Das ist an. Wow. Okay. Das hätten wir geschafft. Warte. Das war grad so gefailt. Okay. Das haben wir geschafft. So. So. Jetzt sind wir hier sicher. Wieso habe ich das nicht getroffen? Das habe ich schon recht. So. So. Jetzt sollten wir davon sicher sein. So. Dann sollten wir einfach einen Moment. So. Kuchen. Kuchen. So. 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 Was uns hinter dieser Tür erwarten wird. Was hier alles abgeht. Ich habe selbst keine Ahnung. Boah. Ich würde sagen, mir gehört ein bisschen in die Pumpe. Junge, 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 ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir dann herausfinden, was hier abgeht. Und wenn wir herausfinden, was hier abgeht, dann kriegt es wie Triebel oder keine Ahnung, mit dem wir gesoffen haben. Erstmal einen ordentlichen Tritt in den Hintern. Das kann es ja nicht sein. Teststrecken, ja. Selbstmord? Nein. So, bis dahin. Erstmal tschüss.